Theoretisch lernte ich ihn ja später, so nicht bei, aus Versehen. Hallo? Nee? Okay. Warum habe ich den Hausmeister mit dabei? Dann müssen wir alles rufen, das ist ja schön, guck mal. Huch. Warte. Wien, 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 wien. Wien, wien. Der Boden ist Lava. Lava. Oh, Gott. Hallo? Gut, ich muss hier hinten also irgendwas machen, okay. Ah. Oh. Warum habe ich das eben nicht gesehen? Nein, nicht, Kretze. Nein, Kretze. Boah, kein Mülzen, aber das ist da auch rein. Oh nein. Müt, 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 müt. Okay. 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 Ich will den aber auch mal ausgehen. Ach so. Will den aber nicht mit dabei haben. Also ja, er hat Snorris. Aber ich könnte auch ganz einfach das ganze mit Kretze machen. Alleine. Planschen. Juhu. Wenn du ihn nicht dabei haben willst, wer soll denn sonst mit dem Gassi gehen? Weiß ich nicht. Nein, mein Stein. Oh, 3000. 3000 Schluck aufs Schalalala. Nein, hombre. Nein, Kretze. Nein, ich warte. Nein, meine воды. Nein, Leira, die Zerstörerin des Bösen. packt den zauberstab weg und dreh an dem rad wenn es das 729.820 ich nehm es soll das sind übrigens für sieben millionen stunden special gar nicht es war nicht so lange die stream Ich würd sagen, er hätte doch sowas nütze, aber ich nehm's zurück. Ich brauch die Katze nicht, die Katze weg. Darf ich jetzt bitte auf den Hausmeister wechseln? Geh weg, Miss Norris. Keiner will dich. Ich brauch den Hausmeister, verdammt. Danke. Das sind 304.109 Tage. Die Zeit hast du doch übrig. Ja, klar. Okay, dann will ich mal nicht so viel fordern. Wann ist denn das? Das ist eine Stunde weniger. Gar nicht. Wenn man Schaltjahre nicht berücksichtigt, sind das 833 Jahre. Also ich finde, das kannst du mal einrichten. Klar, ich streame hier einfach, bis ich einfach mit dem Stream tot umkippel. Easy. Will doch bestimmt jeder sehen. Als ob ich wüsste, in wen ich mich verwandeln soll. Ich erwisch den noch. Sonnen. Ich habe gehört, es wäre nicht der erste 24-7-Sender auf Twitch. Ich kann den Tank ja gleich nochmal trägen. Wo muss ich da hinten sein? Und warum schwitzt die auf dem Rücken? Frau. Aber definitiv grün. Aber ich habe niemanden, der aus Dingens ist. Glaub ich. Oder? Habt ihr wen gesehen? Glissarin? Glissarin. 24 Stunden? Nein. Laud. Gelb. 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 Dobby. Prüf noch, Junge. Wir rücken noch Mädchen. Weeeeee. Waffelpopf, Junge. Du könntest dir überhaupt nichts. Wie? jetzt kennt die welt und hier stimmt trink jetzt das kann das rätsel gar nicht beenden weil ich habe niemanden aus ich wäre gerne ein buchstab wie kann ich ja buchstabe es sein ich bin ein R was bin eigene R ok Hallo Schaff. Komme ich denn hier wieder raus? Okay, wenn meine Gedanken zur Berechnung richtig sind, mache Schaltjahren und circa ein halbes Jahr wegen der Streamzeit. Yay. Oh mein Gott, das ist so richtig. Komm dir mal ein Stückchen näher, danke. Kannst du mal... Danke. Das ist ja nicht ein Genova-Ausweg. Gute Arbeit. Habt es, Level? Also hier ist der Boden halt mal wirklich Lava. Lauf damit, nimm es. Ah! Was ist denn hier? Ich weiß zwar nicht, wo ich das gelernt habe, aber ist ja egal. Hast du eventuell ein Level? Ja, warum? Könntest du es mit deiner Kröte versuchen, die ist grün. Die Kröte kann aber nicht winken. Die Tür ist offen. Schade. Ja, wo kannst du hin? Hin, du Harry. Harry Potter. Wo hättest du hin? Schließe. Wie ist diese Inkompetenz? Entschuldigung. Ah, jetzt kannst du da hoch, oder wie? Ah, das macht das. Okay. Jetzt hab ich's auch gesehen. Ich weiß. Ach, jetzt hat das. Nein. Wie ist diese Inkompetenz? Polatiburg. Tvi. Iiii. wer dich tun ich auch was will ich mit kratze und wie ist er wieder hingekommen alter werde ich das gibt es nicht wo ziehst du hin reden wir noch mal über inkompetenz zu er ist er wieder überhaupt hingekommen weiß dass jetzt da rein so trinken trinkt ich kann mir schluck jetzt ach so Ich hab immer noch nix. Ich hab immer noch nix. Ich hoffe, das Wasser war ihm nicht zu kalt. Nee, das war okay. Ja. Und einpflanzen. Na dann hol dir mal was. Das ist schon das zweite Mal, du es trinken musst. Oh hey, die Tür ist offen, so ein Hirt. Oh hey. Ach, ich weiß es. Aha. Harry kommt. Geh auf den anderen Knopf. Geh auf den anderen Knopf. Sei ein braver Harry. So ein braver Harry. Yay, wo ist er? Tadaa. So. Hol mir was zu trinken, bevor ich weiter angebeckert werde. hinunterведet. No. Ciao. Verwюда! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Out. Mir auch nicht. Oh. Mein Schloss ist nur halb voll, dann ist das langweilig. Ach so. Ach so. Ah ja, Doughnut. Tschüss, Platze. So, die Frage ist, wer will ich sein? Keine Ahnung. So, aber ich verschwinde mal und bereite ein wenig meine Schicht vor, damit ich gleich weniger machen muss. Viel Spaß. Trink nicht vergessen. Ja, ja. Wer will ich sein? Wer will ich sein? Tobi. Also, ich will ja nicht gemein sein, aber Tobi kann nichts. Hm. Tüffel, Junge. Oh. Ich glaube, die können alle nichts, was mir weiterhilft. Günstig. Katze. Boah. Tobi gibt sein Bestes und ist trotzdem nutzlos. Ja. Gewichts da. Ja, ja. Wirklich trinken. Ja. Oh. Joa. Und nö. Hab ich keine Ahnung. Ob ich tut Hagrid oder so. Tja. Ich gucke mal wieder. Sehr schön hier. Vielen Dank.